So, und hiermit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Double Exposure und heute geht es mit dem zweiten Kapitel weiter. I am so excited. Ja, wie ziehen wir uns denn draußen um? Äh. Vielleicht. Dreh, nö, die Zeichen. Komm, nimm mal das hier. So, und dann einmal drinnen. Nimm ich immer noch die Katze. Einfach wegen lila Haare. Kapitel 2 Enumbra What the fuck is happening? Well, it doesn't sound like the call was no big deal. It sounds like it was important to you. Safi's alive. Did I, did I actually manage to rewind time? Mac? Mac? Are you okay? It kinda seems like you're on drugs. Huh? Oh. Ich bin einfach froh, dass du hier bist. No, I'm just really happy you're here with me. And your mom. So, drugs then? Sorry, uh, what were we talking about? Somebody mentioned a phone call? Hmm, yes. I was shocked too. I didn't know people still answered their phones. Funny mom. And yeah, it wasn't a big deal. It was just from the publisher. Publisher? Publisher? I've been shopping a collection around for a while and someone made me a deal. Awesome, Safi. That's phenomenal. Was this your big secret? You didn't tell her? I thought she'd have been the first. I didn't want to jinx it. Aren't you always telling me not to tempt the universe? I'm so proud of my girl. Publishing is always such a difficult endeavor. Thanks, Mom. Is no one going to take our order? It's been like a few minutes. Have you ever had a food service job? Like ever? I can go ask what the holdup is, Yasmin. No sweat. See? That is so thoughtful of you, Maxine. No need. A whole place could use a facelift, to be honest. Come on, Yasmin. You don't have anywhere else to be. I need to ask Safi about God. Where do I even start? What is that? Oh, shit. Dude, your nose. It's fine. Just a nosebleed. Um, back in a sec. Das Geräusch untersuchen. Neuer Cross... Cross-Talk-Pose von Amanda. Why did we do this? This? What is that? What is that? I do it every weekend. I know. It's nice. I can't believe that Safi is here, alive. Having lunch with Yasmin, as if everything is normal. As if I didn't see her die two days ago, In case this does, I'll go sideways. It was supposed to be a candid. You'll never catch me alive. Natürlich. Ich warte nur darauf. Komm. Oh, Safi. Komm jetzt. Ach komm schon, Safi. Ist ja keine Spaßbremse. Der Tag hat nämlich ein ungestelltes Foto von Safi. Ja, welches wird mein grün in dein Moment sein. Und wenn wir eh schon mal hier sind. Oh, die neue Seite. 6. Dezember. Diese kleine Scheiße in Loretta hält sich für eine Starreporterin. Was für eine Studente gibt sich solche Mühe für einen Knüller? Ich weiß immer noch nicht, was mit Gwen los ist. Und sie hasst mich jetzt vermutlich. Und was soll das heißen von einem Schnüffler zum anderen? Ich schnüffle für einen guten Zweck. Gwen hat sich extrem verdächtig benommen. Da könnte etwas dran sein. Okay, das ist anders. Bevor ich es vergesse, das kann man ja noch. Hey, Max. Ich stelle nur diese neue Nummer aus, die mir wer gegeben hat. Und guten Morgen. Ich verstehe schon. Morgens ist Mist. Du musst nicht darauf antworten. Ich freue mich nur auf unser Date. Cool. Schätze, du bist beschäftigt. Meld dich, wenn es dir passt. Hey, Max. Bin gerade auf dem Hof angekommen. An der üblichen Stelle. Bis gleich. Also ist nicht gerade der wärmste Dezembertag. Sag Bescheid, falls du spät dran bist. Mich stört es nicht. Aber du weißt ja, was Marv von Verspätung enthält. Wenn du es nicht schaffst, auch kein Problem. Okay. Wie sonst ist hier alles gleich. Die Turtle. Diamonds Tisch. Okay, hier können wir wieder ein Sammerobjekt holen. Notizen. Ach gut. Ich glaube, das braucht man nicht zu lesen. Ähm. Ach du liebes. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wofür ein Outfit zusammenstellen, wenn es im Vermoen so verflucht kalt ist, dass es keiner sieht. Oder? Ich habe ein paar Schals, die ich austausche. Aber es wird schnell langweilig. Mir gefällt dein Mantel? Was hast du denn gekauft? Ich habe keine Ahnung. Ich komme vorbei und sehe mir dein Outfit an. Wenn du in mein Büro kommst, trete ich dir in den Händen an. Wie ist Safi jetzt posten? Hi, Phoenix. Wie geht's? Versteht's? Juhu. Studenten haben meine alten Gedichte auf Social Media gefunden und im Unterricht rumgereicht. Scheiß Leben. Warum? Was stimmt damit nicht? Sie sind scheiße. Nein, ich warte. Oh, bei Ohm, please. So, jetzt nochmal auf ein neues. Ich stehe nicht auf Poesie, aber ich habe ein paar deiner Werke gelesen und fand sie super. Moses, ich liebe dich, aber du Lügner. Ehrlich? Ich würde gerne Gedichte vom Barbie-Safi lesen. Nein, willst du nicht? Barbie-Safi. Baby-Safi. Ich hasse die Steuerung. Ich hasse die Steuerung, wenn man vorher mit der Switch gespielt hat. Es gibt bedeutende Kunst hier draußen, aber die Leute haben zu viel Angst, etwas zu riskieren, deshalb gibt es nie etwas Neues. Das heißt nicht, dass wir aufgeben sollten. Es bedeutet, dass wir unsere Vorgehensweise ändern sollten. Das Unmögliche ist geschehen. Du weißt, mein Dojo steht heraus und wird jederzeit offen, um sie weinend zu sehen und zu lassen in meinem eigenen Dojo. Heute Morgen lief ich über knirschendes Eis und den reflektierenden Regenwogen des winterlichen Leuchten auf unserem Campus aus Kathedralen, so ein wunderschöner Winter in Keldion. Ich dachte mir heute Morgen auch, dass der Campus wundervoll aussieht. Mir gefällt ihre Beschreibung. Ist der gelbe Schnee Teil des Regenbogens? Sie sind so talentiert, ich könnte eine Woche damit verbringen und es nicht so auszudrücken. Ist das ein Ausdruck aus ihrem nächsten Buch? Ich bin verzweifelt. Hast du schon mal einen Geist auf dem Keldion Campus gesehen? Falls ja, schick mir eine DM. Du berichtest auch über Geistergeschichten? Normalerweise nicht, aber ich will herausfinden, was mit diesem Geist auf sich hat. Ich schicke dir eine Nachricht. Okay. Ich hätte sagen sollen, schick mir eine DM, außer du heißt Kyle oder Connor. Aua. Brist für Essays ist heute um 18 Uhr. Bitte seid pünktlich. Was, wenn ich mich ein paar Stunden verspäte? Schick mir eine E-Mail für eine Verlängerung, Reggie. Aber ein paar Stunden sollte kein Problem sein. Super, danke Prof. Ich strumpfe in meiner Klausur gleich so auf wie in den letzten drei Runden Bierpong. War das bevor oder nachdem ich dich beim Flirten mit diesem süßen Typen gesehen habe? Hoffentlich hast du ihm deine geheime Bierpong-Technik gezeigt. Cool gemacht, Diamond. Sowohl beim Bierpong als auch beim Flirten. Reggie labert Bier noch Blödsinn. Das war ein Freund und so sehe ich ihn nicht. Oh, Corp of Social Media gefrenzoned. Das Volk hat entschieden. Die neue Suppe ist der ST ist... Drommelwirbel bitte. Senegalische Erdnusssuppe. Glückwunsch an Halle. Hurra, Demokratie... Boah, was ist heute los? Hurra, Demokratie gewinnt. Eintopf ist keine Suppe. Das Volk hat entschieden. Und das Volk liegt falsch. Also wenn es Erdnusssuppe heißt, ist es für mich eine Suppe. Und Eintopf kann auch eine Suppe sein. Ist das auch noch irgendwas Neues? Hey, hey, weißt du, irgendwer von einem Kryptiden, der Abdrücke mit 3 Zehen hinterlässt, wie ein großer Vogel? Ich weiß vom Echsenmann, der 3 Zehen hat. Definitiv kein Vogel und heimlich in SC. Also vernötig nicht deinen Kryptid. Das ist spezifisch. Warum? Alter, komm einfach zum Ruf. Okay. Danke. So, dann können wir uns jetzt mal ein bisschen umsehen. Hier scheint sich nichts verändert zu haben, aber alles so schön dekoriert. Snapping Turtle Angestellte. Snapping Turtle Angestellte. Is it Krampus cancelled? Is all of this for that Krampus Party? Who's performing? It's for the Krampus Roast. Oh man, is this your first time? Ja, Krampus on campus ist... Interessant. Ja. So, dann schaue ich mich hier mal wieder um. Du bist der Woche. So, es ist der gleiche Tag hier. Hier. I didn't go back in time. Something else is happening. Ja, Max, was hast du diesmal angestellt? Ja. 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 Du musst es sehen, dass dieses Platz für Weihnachten aufgerufen wird. Weil es Weihnachten aufgerufen wird. Du, 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 du. Du, 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 du. Das kennen wir schon. Hier hat sich also nicht viel verändert. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Die schlimmste Anmache sind immer noch dieselben. Wow, diese sind wirklich die schlimmsten Anmache, die ich gesehen habe. Ne, das ist was anderes. Okay. Schlimmste Anmache der Woche. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann ich heute bei dir schlafen? Ist dein Ellbogen in meiner Magen gegen gelandet? Dann hast du mir den Atem genommen. Bestehst du aus Scandium, Wasserstoff, Argon und Fluor? Denn du bist scharf. Okay, creepy. Wherever I am, looks like beer still exists. Beer still exists. Wenn du in einem Portal stehst, kannst du mit LB die Zeitlinie wechseln. Ich habe mich nur kurz hier noch um. Aber irgendwo kann ich nämlich ein Sammlerobjekt. Eventuell bekommen, aber höchstwahrscheinlich in der anderen Zeitlinie. Kann ich mit Amanda reden? Oh, ich hab mich über den. Mann€chozu. Genau. Du bist ein Sammler. Da ist ein Amanda. Da ist ein Amanda. Oh, du bist du bist. Ich denke, du bist in der Stimme, Du hast dein Telefon gelegt, auf einen Boden zu verbreiten. ... oder was. ... oder ... 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 Ich war verkatert, ich habe gearbeitet Ich war verkatert Und die Arme Ich muss zurück zu arbeiten Geh es einfach Ok, ich habe noch zwei Tage mit einem Mann gesprochen So far, alles hier sieht quasi das gleiche Außer... Safi is alive So, ich glaube hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu sehen Dann gehe ich mal davon aus, dass das am Objekt auch wirklich in der anderen Zeitlinie ist Wobei ich kann auch Toilettenschild ansehen, das müssen wir ja tun, aus Prinzip Einfach die andere Zeitlinie ist einfach tot Lebendig und tot, ja danke Holy shit I'm back, aren't I? In... Dead world This is so fucking crazy Zurück zu Seifu und Jasmin gehen Die letzte Zeitlinie wird vor kurzer Zeit nach dem Wechsel danach der Einsicht der aktuelle Ziele angezeigt Ok, Nachrichten von Moses ansehen Ok Heißt es, ich muss jetzt doppelt so viele Texte lesen? Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ein Weihnachtsgeschenk, wie nett. Nein, Tony, ich liebe ihn. Ich mache ihn. Es ist so glaubwürdig als immer. Nein, keine Beine. Nur... Ich kenne dich. Wenn du mir ein Geschenk sendest, dann bedeutet, dass du dieses Jahr nicht kommst. Krampus ist nicht entschuldig. Es ist lustig. Aber ehrlich gesagt, ich wollte dich endlich treffen, Safi und Max. Du liebst ihn. Ich werde gerade schon wieder richtig schläflich. Oh. Der Phoenix ist müde. So viel streamt heute. Ich meine. Ich liebe dich zurück, Baby. Wow. Am I hearing stuff from that other world? I didn't see Moses in the snapping turtle though. This makes no sense. Ich bin immer bis drei Uhr wach. Heute zwischen neust und 23 Uhr. Irgendwo im Bett. Ich werde alt. Ich, der um 23 Uhr oder Mitternacht ins Bett geht und er ist um 3 Uhr morgens einbind. Oh nein. Ich hoffe, Amanda hat nicht alle ihre Suppe-Energie auf dem Kuchen für mich verpackt. Oh. Ich liebe, dass sie kräftigen Krampats von einem Tod. Jesus Christ, Bro. Ich sehe es nicht in einem insensitiven Art. Es ist nur die Todesrechte anzutreten. okay hier kann ich bin nix ansehen die andere zeitlinie von die vier schilder ich lasse meinen hintergrund offen und schau was so passiert vielleicht darf ich ja ein aber auf jeden fall muss ich mich kurz hinlegen ich werde stopp aber falls wir uns nicht mehr hören sollten danke fürs dabei sein und schlafgut okay das ist definitiv anders ich habe ein schlüssel verlor okay der erste schon mal gleich du siehst heute gut aus möchtest du ein snack du musst die scharze anführen von dem singles hier bist du die heißeste oh gott er wird mir auch schlecht dank dir ja okay you really cheered me up earlier happy to lend up my comedic stylings to girls in need thanks are you here for we already talked in her office she seems to be doing you know bad god knows i i offered free coffee for as long as she wants it i get back to it don't forget i'm here for you okay ich bin eigentlich auch wieder zurück in die zeitlinie ja gut dann lese ich hier noch mal die nachrichten durch saffi saffi wir sollten uns unterhalten eh wolltest du mit hexen alles okay maxi ist bei dir alles okay mir ging es nie besser deine nummer ist in meinem handy direkt über saffis das ist alles das ist eine sehr berechtigte frage ja ja ich weiß nicht wo wir da aufgehört haben das finde ich jetzt nur die letzten vier texte vor irgendwie ist es morgen geworden schlaf war ein wunschtraum ich nehme an du hast auch nicht viel geschlafen ich habe heute ein termin mein smin und ich weiß nicht was ich tun soll wünsche mir glück okay das kann man so hey max danke dass du dir vorhin im bk zeit für mich genommen hast das brauchte ich da ist noch etwas anderes aber das sage ich besser nicht in einer nachricht können wir uns später treffen natürlich klar ist alles okay gott hoffentlich dann reden wir noch mal mit jasmin ab sofort nehme ich sie auch jasmin sie möchte alleine sein okay dann gehen wir wieder zurück in die andere zeitlinie boah ich liebe die musik okay so i can cross back and forth that's good to know sophie and yasmin are probably wondering where i am i should get back to them hallöchen ich bin wieder zurück i wish you'd have told me sooner i was getting around to it all clear we don't need to get you a blood transfusion kein grund zur sorge oh i am golden probably just the weather you know oh did the forecast call for massive nosebleeds haha duty calls send me the bill for the windshield please sophia windshield another piece of shit pie someone hold on it's easier if i just show you jesus fuck sophie is that your car charming right found it this morning was wenn es eine toll ist you don't think it's some sort of a threat from who vegans stop eating burgers this is about to be you this is gonna sound bananas but i feel like i've met this cow you have it's from right over there whatever i gotta meet the tow truck wait hold on the broken horn it looks like there was something written on it max you know i adore you but read the room bud i'm not really in the mood to stare at photos of my fucked up car all day yeah sorry ist das jetzt so springe zwischen zeltlinie a nach b nach a nach b oh tell me my proposal was shitty isabel that would be a bald face flight right hold up sophie is alive in this world her car probably didn't get trashed and the other right date sheejay name her forbi god show me why